Dieser Weihnachtsmann liebt Fisch. Komm zu Papa, Fischi. Ist nicht zu viel Fisch. Sonst wächst dir noch eine Flosse. Merklos, das ist echt verrückt. Der Sohn des Weihnachtsmanns lässt sich ein Bart wachsen. Er findet seinen eigenen Stil. Geht auf ein Date und spielt mit einer Elfe. Schaut euch Wuhus neues Video an, wie es ist, wenn der Weihnachtsmann euer Dad ist. Es ist ein ganz normaler Abend. Dieser Elf massiert die Schulter des Weihnachtsmanns. Und Santa Junior wedet mit einem Blatt. Die heutige Wettervorhersage? Ein Sturm zieht auf. Hoffentlich schafft es der Weihnachtsmann, die Geschenke zu verteilen. Es ist nämlich schon Heiligabend. Was? Heiligabend? Warum hat denn keiner was gesagt? Mein Job ist so anstrengend. Sohn, ich gehe zur Arbeit. Oh, ich habe die Schlüssel für den Schlitten vergessen. Hey, Weihnachtsmann Junior. Oh, ein Müllsack. Der kommt wie gerufen. Die Milch ist schlecht geworden. Elf, wirf meine Flasche auch weg. Okay, ich werfe sie. Falltreffer! Der Name sollte Elfjorden sein. Guten Morgen, Elf. Hier ist mein Sack mit den Geschenken. Ich bin spät dran. Bye! Das war der Sack mit den Geschenken? Keine Mülltüte? Ups, die armen Kinder. Oh, ich will mein Geschenk aufmachen. Was? Eine Bananenschale? Was soll das? Ich bin so schnell wie der Wind. Nordpol Express. Ups. Ich bin mit dem Weihnachtsmann zusammengestoßen. Was machst du da? Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du dich nicht wie ein Rentier aufführen sollst? Oh, ich habe eine Idee. Weihnachtszauber. Du siehst toll aus. Bring mich an mein Ziel, Rentier. Hi, Elf. Hallo, Weihnachtsmann Junior. Das ist mein Geschenk. Nein, meins. Gib es her. Auf keinen Fall. Auch Elfen wollen Geschenke. Hey, lass das Geschenk los. Oh Mann, ich kann kein Geschenk in meinem eigenen Haus liegen lassen. Santa Junior rasiert sich gerade zum ersten Mal. Ho, ho, ho. Es klappt nicht. Dad, bring mir bei, wie man sich rasiert. Wieso? Du bist doch mein Sohn. Ein Bart ist der wertvollste Besitz eines Klaus. Rasier dich nicht. Nimm Haarwuchsgel und lass dir einen langen Bart wachsen. Okay. Ich trage eine dicke Schicht auf und lass mir ein Bart wachsen. Dad, sieh mal, ich hab ein Bart wie du. Sehr gut, mein Sohn. Was ist denn mit deiner Hand los? Ups. Dad, du musst trainieren. Du wirst nicht jünger. Wir können zusammen trainieren. Knie beugen. Geh weiter runter. Stell dir einfach vor, du wärst in einem Kamin. Ja, super. Bank drücken. Stell dir vor, du hebst ein Rentier. Komm schon. Noch drei Wiederholungen. Gut gemacht, Weihnachtsmann. Jetzt füge ich mehr Gewicht hinzu. Nein, nein. Schau dir meinen Bizeps an. Wow. Super, Weihnachtsmann. Reicht das? Ich bin fertig. Los geht's, Elfchen. Ups. Oh, meine Lieblingssendung. Rentier Games. Es ist die letzte Folge. Dad, lass uns spielen. Nein, ich bin müde. Bitte. Komm her, Elf. Hä? Hier, setz dich. Die Fernbedienung gehört dir. Elf, lass uns spielen. Los, Rudolf. Mach schon. Schweb wie ein Schmetterling. Was ist denn dieser Mütze? Ha, hab dich. Schau mal. Ha, schon wieder. Elf. Warum hast du so große Ohren? Es reicht. Du gehst mir auf die Nerven. Es ist so still und friedlich. Oh, was ist denn dieser Mütze? Nimm das, du Monster. Santa Junior ist verliebt. Dad, schau mal. Sie ist so toll. Ja, sie ist hübsch. Wie kann ich sie dazu bringen, mich auch zu mögen? Kauf hier einen Blumenstrauß. Mädchen lieben Blumensträuße. Stimmt. Sieh mal. Ich hab hier einen Blumenstrauß gekauft. Rosen? Dummkopf. Du musst einen Tannenbaum schenken. Geh schon zu deinem Date. Hi, Dad. Hast du meinen Behälter mit den Süßigkeiten gesehen? Der war hier irgendwo. Oh, da ist der ja. Hm, meine Süßigkeiten. Was? Wo sind die ganzen Gummibärchen? Sie sind weg. Oh, Mann. Ist mein Sohn weg? Endlich. Ich kann meine Süßigkeiten rausholen. Das war eine tolle Idee, die Gummibärchen hier zu verstecken. Wasch das Geschirr gründlich ab Santa Junior. Hier, trag mir dieses Geschirr-Elfchen. Na klar. Der Elf wickelt den Teller reflexartig wie ein Geschenk ein. Geschafft. So, ich geh da mal los. Ich greif die letzten Geschenke. Oh, oh. Hier passt nichts mehr rein. Was hast du denn da reingepackt, Elf? Ich kümmere mich drum. Ups. Wer hat diesen Teller hier reingelegt? Du versuchst, Weihnachten zu ruinieren? Dumme Helfer. Ich kann euch weder Weihnachten noch das Geschirr anvertrauen. Jetzt muss der Elf das Tellerpuzzle zusammensetzen. Oh. Dad, wach auf. Ich will einen neuen Mantel. Komm schon, kauf mir diesen Mantel. Oh, okay. Ich werde dir einen anderen coolen Mantel zeigen. Warte. Hier ist der. Was ist das, Dad? Der König aller Pelzmäntel. Wow. Probier ihn an. Er ist staubig. Wie sehe ich aus? Oh. Genau wie ich. Als ich in deinem Alter war. Jetzt passen wir zusammen. Jetzt gehört er dir. Was soll ich mir zu Weihnachten wünschen? Oh. Ich will dieses Parfüm. Dad. Dad. Wo bist du? Ja, Schatz? Dad. Ich will dieses Parfüm zu Weihnachten. Es riecht wie ein Winterwald. Du bekommst es, Kleine. Ich schenke dir auf jeden Fall einen Winterwald. Hier ist dein Geschenk. Was? Ein Duftbaum? Hä? Du wolltest doch den Geruch des Winterwaldes. Oder? Hier hast du ihn. Santa Dad hat es geschafft. Danke. Ich könnte den ganzen Tag auf der Couch verbringen. Weihnachtsmann Junior. Du faulenst schon wieder? Das ist nicht gut für dich. Lass uns stattdessen trainieren gehen. Willkommen in meinem Trainingscenter. Wir peitschen dich in Form. Es ist schwer. Das beste Training ist das Verladen von Geschenken. Mach weiter so, Santa Junior. Ich werde mein weißes Hemd waschen. So, fertig. Was ist das? Warum ist es rosa? Wo ist mein Sack? Danke, dass du gewaschen hast, Kleiner. Danke, dass du gewaschen hast. Wie fandet ihr den Sohn des Weihnachtsmanns? Schreibt uns, ob ihr auch mit dem Weihnachtsmann verwandt sein möchtet. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren. Und drückt doch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020